Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Herzlich Willkommen zu einer neuen Bitcoin-Chart-Analyse und der Kurs ist wieder unter unserer wichtigen Support-Linie. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht zaubern könnte, denn ich habe für dich heute einen Indikator, der zeigt, wo der Preis hinfällt, wo er seinen Support finden möchte. Und weil das nicht genug ist, habe ich sogar noch einen zweiten Indikator, der das Ganze bestätigt. Also, wie der Kurs jetzt bald aussehen könnte, das wirst du gleich erfahren. Also Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön dich heute begrüßen zu dürfen. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal unterstützt. Easy peasy mit einem kleinen kostenlosen Abo, denn ich bin täglich für dich da. Gerne kannst du mich auch auf Twitter nochmal suchen, dort kommen dann die aktuellsten News. Und wir fangen jetzt wunderbar an. Also, wir sehen, der Kurs ist runtergedroppt. Alles cool, nicht schlimm. Du siehst, er geht jetzt erstmal die letzten Lows an. Wir gucken jetzt einfach, du weißt, ich bin ein FIBO-Freund. Die Linien stimmen unten nicht übereinander, wenn du es jetzt gerade gesehen hast, weil wir das in einem anderen Timeframe gemacht haben. Brauchen wir aber auch erstmal nicht. Brauchen wir auch das nicht. Was kostet die Welt? Wir machen das erstmal so. Also, hier siehst du ganz schön, dass das FIBO-Level hier kaputt ist. Beziehungsweise gebrochen wurde, wenn die Kerze darunter schließt. Das ist die Daily Candle. Blöd. Ich gehe für dich auch gerne nochmal in den 4-Stunden-Chart. Dann hast du es ein bisschen ordentlicher, beziehungsweise genauer von dem Chartbild. Also, du erkennst jetzt schon 038 da. Können wir jetzt mal schauen. Ja, also wir sind unterm FIBO. Die letzten Lows werden angegangen. Also, kracht es, wird es wahrscheinlich runterkrachen. Also, Kurs Richtung 41.000 ist schon mal so halb gesetzt. Wahrscheinlich aber Richtung 40.000. 38 wird schon eher knapp. So, jetzt gucken wir mal, wird das denn historisch bestätigt. Wie gesagt, wir haben hier die Lows ungefähr auf dem Niveau vom 0382 FIBO. Also, ungefähr auf 41.000er Höhe. Das heißt, hier und hier sind wir dann ungefähr hier. Nur mal so ganz grob, damit wir uns das jetzt erstmal einordnen können. Wir merken uns, roundabout 40.000 ist hier das 05 war. Wurde hier eben auch einmal angetestet. Und hier unten haben wir ein entsprechendes Low. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Komm, wir machen heute mal. Wir machen erstmal die Standardindikatoren. Und dann holen wir das Sahnehäubchen raus. Okay, machen wir so. Also, wir machen Moving Average und der stochastische RSI. Der ist immer ganz gut. Ich mag ja gleich in Durchschnitte. Alles sehr schön. Also, 4 Stunden Chart. Kleiner brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich spreche Paradox. Es geht nach unten. Auch hier geht es immer weiter nach unten. Aber der stochastische RSI ist hier schon am Boden. Würde erstmal alles dafür schließen oder dafür stimmen, dass wir hier eine kleine Plateaubildung unten haben. Das heißt hier quasi erstmal so, bevor es nach oben geht. Ähnlich wie wir es hier unten schon mal sehen. Und du siehst es nicht. So, ist es schön. Zum Glück hat man ja einen zweiten Monitor und kann es kontrollieren. Also, Plateaubildung unten könnte hier beim stochastischen RSI sein. Im 4 Stunden Chart siehst du, ist es hier bärisch gebrochen und noch kein Ausblick auf Besserung. Und wir erinnern uns, hier oben ist aktuell unter dem Fibo die Kerze dabei zu schließen. Wohlgemerkt hier im 4 Stunden Chart. Das heißt, das nächste Level geht hier runter. Aber eigentlich haben wir schon gesehen, dass wir Richtung 40.000 wollen. So, Daily Chart. Ganz kurz. Auch hier bahnt sich ein bärischer Cross an. Siehst du es hier oben einmal leicht grün. Oh, komm. Das Kosti wird manchmal groß. Siehst du es hier leicht grün. Hier kommt auch gleich der bärische Cross. Also nicht cool. Weekly können wir gucken. Ja, sieht immer noch gut aus. Und wir haben ja gesagt, kurzfristig vielleicht nochmal meh. Aber in größeren Timeframes wird es immer besser. So. Soweit so gut. Die aktuelle Auslandslage nochmal hier. Daily könnte runtersacken. Dann hier eben im 4 Stunden Chart Plateau. Ach komm. Zwei machen wir auch noch mit. Ja, das dürfte dann folgen. Auch bärisch unten ist dann auch immer noch platt. Und hier gehen wir in den unterkauften Bereich rein. Okay. War eine gute Entscheidung, 4 Stunden Chart da aufzuhören. Aber naja. So. Und jetzt. Alles cool. Markus hat auch versprochen, nochmal zu zeigen. Eine Bestätigung von zwei Indikatoren in Kombination. Wo ist das bitte? Berechtigte Frage. Deswegen hast du ja auch das kostenlose Abo dagelassen. Kommt auf dem Silbertablett. Bumm. Und was sehen wir hier? 40.000. Hast du in diesem Video schon öfter gehört. Ist hier unser 50er MA im Daily Chart. Der hier auffangen könnte. Knapp wäre jetzt bei 40.300 und paar zerquetschte. Ist hier aktuell der Preis. Und du siehst, Average hier auch ist 40.000, was wir jetzt hier haben. Also alles spricht dafür, dass der Kurs jetzt nicht beim 0.382 Fibo hält, sondern eben hier nochmal aufs 0.5er runter möchte. Strong Support, wie man so schön sagt, hier auf diesem Niveau 40 muss halten bei diesem Crash. Doppelter Boden ist vom Tisch, brauchen wir nicht mehr. Alles cool. Jetzt wollen wir hier nochmal, wie wir es hier hinten hatten. Also was wir jetzt sehen wollen oder werden, wahrscheinlich ist das hier. Ähnlich wie wir das hier hatten auf dem 50er MA. Oder um es ganz platt zu sagen, Bitcoin wird als nächstes die 40.000 antesten. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch, dennoch immer noch Bullish. Selbst wenn wir weiter absacken könnten. Du erinnerst dich ganz am Anfang vom Video oder eben vom Thumbnail. Wir haben hier noch eine Support Linie, bitte einen Aufwärtstrend, den es zu halten gilt. Wir schauen uns morgens das aktuelle Foto-Anchart. So, es wird Zeit, das Ganze zu beenden. Auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da, lass einen Daumen hoch. Und irgendwelche verwirrten Kommentare unten schreiben, um mich ein wenig zu amüsieren. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.